Kshema Konasana ist die behagliche Winkelstellung. Kshema heißt behaglich und Kona heißt Winkel. Kshema Konasana soll vor allem heißen, dass du es im Sitzen ganz entspannt machst. Raffaela, Ausbildungsleiterin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Von der Sitzenhaltung ausgehend, grätsche die Beine, wie es behaglich und angenehm geht. Raffaela findet das Weiterdehnen der Beine besonders behaglich. Am Anfang kannst du die Hände einfach auf den Boden geben und dann ganz entspannt in die Stellung hineinatmen. Fortgeschrittene empfinden es als besonders angenehm, sich einfach flach auf den Boden zu legen und ganz entspannen. Kshema Konasana, also die behagliche Winkelstellung, hilft der Abduktionsflexibilität, also der Grätschflexibilität. Das ist eine gute Übung, gerade zum Lösen von Spannungen im Kreuzbereich, um die Hüftkreuzbeingelenke herum. Eine gute Übung, um die feinstoffliche Wirbelsäule zu öffnen und auch gerade, wenn du sie vollständig machst, um dich ganz mit Mutter Erde zu verbinden. Du öffnest deine Beine, du öffnest Bauch, Brust und du hast auch den Kopf auf dem Boden. Mit allem öffnest du dich für die wunderbare, stützende Kraft von Mutter Erde. Du selbst kommst in Kona, in einen Winkel, in eine Öffnung und lässt dich dann erfüllen von Gomata, von Mutter Erde. Wenn es dir gefallen hat, dann klicke jetzt schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch oder teile die Sendung mit anderen. Dieses Video ist Teil des Yoga-Vidya-Asana-Lexikons, einer Videoreihe über 4000 verschiedene Asanas bzw. 4000 Videos zu den verschiedenen Asanas mit deutscher und Sanskrit-Bezeichnung. Wenn du irgendeinen Asana suchst, geh einfach auf yogabinde-vidya.de und im Suchfeld gib den Namen ein und du wirst etwas dazu finden. Wir werden gleich dreimal gemeinsam Omen singen, denn dies ist das letzte Video einer Reihe von Videos von heute. Wir haben sechs Stunden lang gedreht, Raffaela die letzten drei Stunden mit, Dürger, das ist unser Kameramann, die ganzen sechs Stunden. Ich habe sechs Stunden lang geredet und so hoffen wir, dass du einiges an Inspirationen bekommen willst. Dank sei an dieser Stelle auch den vielen anderen, die dort mithelfen, den vielen Menschen, die dort die Asanas vormachen, den vielen, die diese Videos dann transkribieren, um Texte daraus zu machen, an diejenigen, die das Ganze dann korrigieren, an die anderen, die die Videos ins Internet stellen, ins Wiki aufnehmen, die Beschreibungen ergänzen, das Ganze in unseren Blog, ins Asana-Lexikon und in die Yoga-Vidya-App aufnehmen. Man könnte sagen, insgesamt sind mehrere Dutzend Menschen daran beteiligt und eine ganze Reihe mit ihrer vollen Zeit, um das Ganze zu verwirklichen, sodass du kostenlos Zugang bekommst zu diesem Wissen. Es ist ja auch etwas Schönes in der heutigen Zeit, dass man spirituelles Wissen und Yoga-Wissen kostenlos teilen kann. Natürlich gilt, Asana, Pranayama, Meditation, spirituelles Wissen bekommst du am besten direkt im persönlichen Unterricht. Videos können das nur ergänzen, aber sie können dir Inspiration geben für deine Praxis. Und es wäre natürlich schön, wenn ich dich wieder oder erstmals oder mal wieder in einem der Yoga-Vidya-Ashrams oder Zentren sehen würde. Wenn du diese Übungen lernen willst, besuche Yoga-Kurse oder Asana-Intensiv- oder Yoga-Lehrerausbildungen in einem der Yoga-Vidya-Zentren oder Ashrams. Alle Adressen auf yoga-vidya.de So, und wenn du bis jetzt immer noch da bist, dann singen wir zusammen dreimal OM. Wenn du willst, kannst du es mitwiederholen. Zusammen mit einem Segensmantra für deine gute, inspirierende Yoga-Praxis. Aum 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 Om Shanti, 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bholo Satgurashivananda Maharajiki Chai, Bholo Sri Vishnadevananda Maharajiki Chai. Vielen Dank.